Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, haben auch schon öfters gehabt, diese Einstellung aus dem Wald auf die freie Fläche hinaus zur Wiener Hütte. Wir haben jetzt ein bisschen einen Dschungelpfad gewählt, also durch unwegsames Gelände, eine kleine Abenteuereinlage. Das haben aber alle, hoffe ich, gut überstanden. Ja, der Wind ist schon sehr stark. Ich meine, das wirst du auch am Video hier hören. Und, ja, dort vorne ist sie schon, die Wiener Hütte. Dort vorne sehen wir schon unser Ziel und dann geht es wieder zurück nach Hause. So, da. Da ist der Parkplatz, da haben wir es jetzt, habe ich es gefunden. Ende. Mm-Maria 203.000 Kitas 12 chrome 205.000 204.000 307.000 302.000 219.000 238.000 235.000